Der bedroht mich, der baut, der baut, guck mal, der baut direkt ein One-By-One. Der denkt wirklich, dass das Fortnite ist, alter Mann. Schau, Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute niemand geringeres als die größte Legende auf ganz YouTube, nämlich ich selber. Wir schauen uns heute komplett allein. Lukas, was machst du hier im Channel? Ja, vielleicht stellst du mich auch mal vor. Was machst du hier in meinem... Moment, Lukas. Ich bin jetzt dabei, mein Freund. Das ist mein Video. Ob es hier nun passt oder nicht. Ob du hier bist oder... Das ist mein Video. Gut, Leute, scheinbar schauen wir es heute mit Evive HD gemeinsam Best of Trimax Crafted Tech 7 Fels an. Das Video ist 23 Minuten lang. Es gibt bereits einen zweiten Teil von 26 Minuten. Das Projekt ist zwei Wochen... Gucken wir uns zwei Leute an, oder? Nein, den zweiten Teil machen wir dann, wenn ihr jetzt auf Like drückt. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, das Projekt ist bis dato zwei Wochen alt. Und Trimax hat schon insgesamt 50 Minuten an Fels zusammengespielt. Max, Shoutout an dich an der Stelle. Ich würde sagen, wir beginnen. Let's go. Try Leute Moimax hier. Ich lade dich ein, ich bin... Try... Bestes Intro haben wir noch. Absolut, absolute Kotze. Kann man die Kamera nach rechts tun? Braucht man... Ist das schlimm? Ich hab die links. Aber links ist der Chat. Da schreibt jetzt zum Beispiel jemand rein, Moimax ist das mit diesen Leuten dann schon nicht vorenthalten. Das ist mein Lieboy, Digga. Hast du den Chat in der Aufnahme drin? Ja. Echt? Immer? Wieso? Darf man das nicht? Nee, ist in der Cloud-Tech verboten. Es gibt keine Regeln außer halt die Regel, dass man das nicht darf. Okay, dann machen wir hier davor. Und Max glaubt's natürlich. Das war ein Witz. Pass schon. Mach's nicht wieder weg. Scheiße, Alter. Mann, Max. Mann. Max, ich schwör dir, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Pass auf, wir holen noch ein Game of Time zu. Ist das in Ordnung? Das macht der einfach selber, der Junge. Der kommt ein Ding. Wie kann so jemand so viele Zuschauer haben? Der hat keine Ahnung, ey. Der ist von... Ein Ehren... Okay, ich hab jetzt was falsch gemacht. Ist das nicht abgelenkt? Das ist alles on-screen passiert. So, Leute, Alter. Zwölf Kids. Jetzt guckt der gerade. Jetzt guckt der gerade. Ob's gespiegelt ist oder nicht. Die Primesubs brasseln hier in der eigenen Hand, Freunde. Ich hab's geschafft, um die Ferne zu stellen. So, jetzt haben wir's. So, alles wieder oben. Also, wir können gerne eine Ebene Community-Kiste machen. Ich brauche aber auch ein kleines bisschen Platz zur freien Entfaltung. Ich habe etwas weiter oben von dem, was wir geplant haben, eine eigene Frischlinge mit Terraform. Ich würde so ein bisschen zweigleise dran, ne? Was ist jetzt? Ja, klar. Was ist jetzt? So wie immer. Was hat er? Wir bauen ein Community-Ding. Eine Community-Festung. Ey, Luca, das ist wie mit so einem Tier, oder? Dann passt das. Das spitzt dich zu. Ich müsste vielleicht gleich deine Unterstützung erhalten. Oh Gott, hier ist ein Creeper. Oh Gott. Oh nein! Nicht da reingehe, nicht da rein, Spark! Ist das dumm. Magst du jemanden? Ja? Ich will dich da unbedingt mit reinziehen. Aber du weißt, dass ich immer... Du hast mich in... Wie so einem Kind. Acht Minuten hast du mich. Hier, bitte. Romatra. Romatra. Fahr doch bitte weiter, Bus. Okay? Boah, das erste, was er gebaut hat, Alter. Der fährt den AMG von seiner Mutter, Alter. Ist der hellfliche Kackloss, Alter. Was hat er gerade gemacht? Hast du das gerade gesehen? Nee. Hast du das gerade gesehen? Nee. Er hat sich runtergebaut, Alter. Guck mal ganz genau hin, was er jetzt macht. Gut. Perfekt. Machen wir so. Pass mal auf. Schau mal jetzt. Romatra. Pass mal auf. Guck mal, jetzt baut er hier den Sand drauf. Nee, ich fährst du mal. Und jetzt, anstatt geht's... Man springt ja normalerweise einfach da runter, ne? Ja, ja. Guck jetzt. Mutter, Alter. Das ist wie below, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, Max. Immer so, oh, ihr seid so YouTuber, die fahren wie viele Autos. Er ist so ein richtiger Pons. Seine Eltern sind rich as ****. Aber er sagt's nie. Ich glaube, er vergesst, dass da der Creeper drin ist. Er ist ein Student, der wirklich sein Leben lang einfach rauskriegt, was? Anstatt dass er gegen den kämpft, der hat ein Diamantschwert, setzt er einfach wieder den Block hin. Du bist braunfahrtechnisch studiert und kein einziger Planer, wie ein Fluchster funktioniert. Wir brauchen, ich brauche einmal ganz kurz einen Kammerjäger. Hier ist ein Creeper unter meiner Basis. Das kriegt der auch nicht selber hin, Alter, ne? Wer kann richtig guten Creeper besiegen, ohne dass er explodiert? Ja, Revi, der hat das OP-Schwert jetzt. Ja, ich bin ja oben jetzt gerade, das geht nicht. Nee, jetzt mal wirklich, non-schluss, jetzt direkt unter der Kaktusfahrt. Das darf ich gerade eine halbe Stunde gebaut haben, das wäre alles weg, wenn der explodiert. Allein dafür hat er eine halbe Stunde gebraucht, Lukas, ne? Ja, ist ja auch kompliziert. Merkst du, merkst du, was Trimax in diesem Projekt leistet? Gar nichts. Es kam jetzt keiner, ich muss jetzt selber von den Creepern zu beseitigen. Achtung, pass auf jetzt. Nein. Dafür hast du gearbeitet. Wasti, du kamst nicht, wenn ich kommt, der... Ja, aber ich bin am Sandfarben. Wie weit der wegrennt, Alter, wie weit der wegrennt. Und das Ding ist, wir haben davor halt, wir haben davor halt schon bestimmt insgesamt 15 Stunden Minecraft gestreamt, wenn nicht sogar mehr. Ach, was laber ich? Bestimmt 40 Stunden haben wir zusammen Minecraft gespielt, Alter. Wo die ganze Zeit Creeper drin waren. Dann müsst ihr doch mittlerweile wissen, wie das funktioniert, Alter. Junge. Hab ihn, ich 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 hab ihn. Stark magst du? Alter, der hat gar keine Chance. Ach du, jetzt zeigt Basti eben diesen Fackeltrick jetzt... Oh Junge, guck mal jetzt, pass auf, Max, Welt bricht gerade zusammen. Weil ich's ihm nicht gesagt hab. Dann lässt du den Sand runterchirpen. Ach nein, das kennt Max noch nicht. Ach, guck mal. Das ist ja geil. Gib mal, zack. Ja genau, da. Fackel, warm, abbauen. Und tadaa. Alter. Stark, Max, wirklich. Also das ist... Wieso hat mir das Spark nie gezeigt? Das war wirklich toll. Also Max, du bist wirklich OP. Du bist wirklich... Oh, ich hab'n angegriffen. Holy... Das sind Bergskelette. Du kennst die, Lukas, oder? Ja. Die Bergskelette in Minecraft? Ja, ja. Die sind sehr gefährlich. In den Bergen und Bergen. Du bist übrigens sau leise gerade. Du musst wieder näher an dein Mic ran. Hä? Bin ich leise? Du bist leise. Halt deine Fresse. Kannst du ihn kurz besiegen? Er kriegt nicht selber gerafft. Was taucht er schon wieder? Die kam von der Clip hoch und dann geschmogen. Der hat mir in die Luft einen Dumpshot gegeben. Der rafft nichts, Lukas. Der rafft gar nichts, Alter. Das ist so ein Pain, mit dem zu spielen. Der stopft im Hopper drin. Mach dir mal weg. Der stopft im Hopper drin. Genau das, Max. Genau das hat er gemacht. Geil, sind wir nicht mehr bei Maxi-Tate. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge Minecraft-Needs mit Trimax. So ein F***er, Alter. Genau da sind wir weiter dran. Rüstigen raus. Shoutout an Max. Und Max so, ne, ne, diese Staffel fail ich nicht. Max, absolut lust. Ist das jetzt richtig? Ja? Ja, genau. Ja, ja. Weil du brauchst Water-Source-Blöcke. Ist halt falsch, siehst du, ne? Du kannst dich auf jeden Block in einen Eimer setzen, aber das ist ein bisschen ekeler. Er baut halt trotzdem weiter. Er baut halt trotzdem weiter. Guck mal, wie er sich aus dem Bildschirm rausnimmt, weil er denkt, er könnte dann da langgucken, Alter. Max, Mann. Mann, rede doch nicht die ganze Zeit, bin ich gestorben. Oh, Mann. Ja, ist natürlich meine Schuld. Ne, was machen wir das mal? Oh, Digga, es ist halt... Krass, das ist so schwer teilweise. Das Spiel ist so schwer. Ui, Explosions-Creeper direkt neben uns. In unserer Basis. Explosions-Creeper. Scheiße, ist Sinn. Guck mal, er heilt sich nicht. Er hat zehn Brot und er wird da. Siehst du das? Siehst du das? Keine Explosions-Creeper. Das heißt Creeper, Alter. Das Explosionen musst du immer dazusagen. Ja, pass auf. Wir gehen jetzt... Das ist halt so. Man muss da nicht Explosionen dazusagen. Das ist halt einfach Creeper. Wir kommen hin mit Fackeln und leuchten mal die ganze Geschichte aus. Komm, wir denn so. Wir essen doch was. Da willst du wahrscheinlich immer noch ein paar Stellen geben, damit wir richtig ausgeleuchtet haben. Aber wir machen das jetzt mal. Guck mal, guck mal. Der schlägt daneben. Der schlägt einfach daneben. Der hat geleckt, der Creeper. Genau. Komm, Alter, hast du da oben schon alles aus Soniden gemacht? Da oben ist alles schon fertig. Hast du da Kammer auch wo du mit? Da kann man... Hat nicht geleckt. Ich kann nicht sprinten. Guck mal, der ist sogar los. Wenn er sein Inventar sortiert. Merkst du das? Oh-oh. Guck mal, der hat ein Schwert im Inventar. Er nimmt die Pickaxe. Er nimmt die Pickaxe. Eure Basis wird angegriffen. Eure Basis wird angegriffen. Ein Zombie. Ein Zombie. War's von dem Zombie. Ach so. Junge, ich dachte jetzt schon. Ich auch. Alle denken sich. Da hat Instagram gedacht, wenn ein Dehner kommt oder so und will sprengen. Seine Mimik, der macht einfach manchmal im Livestream 20 Minuten gar nichts. Gar nichts einfach. Gibt es eigentlich auch so Pfeile mit Instagram? What the f***? Was ist das? Ein Skelett? Was soll das sein? Ich wurde geprankt von irgendjemandem. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Wieso, was denn? Man sieht sogar diesen Pillager da stehen. Siehst du das da hinten rechts, genau über seinem Kopf? Man sieht es genau. Ich weiß nicht von wo. Alter, Max. Ich glaube, wir werden angegriffen. Halt's Maul. Man sieht das doch. Leute, wo ist der? Nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe überlebt. Ich bin komplett von oben runtergefallen. Komm, wieder erstmal. Nein, 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 nein. Wieder erstmal so richtig lost in seinem Inventar rumfummelt, Alter. Die erste Sache, die ich low finde, ist, dass man einen, äh, klar. Und die zweite Sache ist, äh, ich auch. Oh, der hat einen verzauberten, der hat einen verzauberten Bogen. Kevin, wie schaut's? Komm, let's go. Ja, warte, ich verzauber jetzt das Tier. Er hat mich getötet. Der ist ja noch nicht mal tot. Ja, Digga, warte. Lukas, hast du jemals einen Menschen gesehen, der so schlecht in einem Spiel ist? Der schreit... Springt der nicht mal drumherum oder irgendwie kämpft normal? Geil, ist gar nichts. Der spammt aber auch in der 1.14, wo man das halt nicht darf. Nee, du machst ja viel mehr Damage. F***! Ey. Bist du gerade an dem Skelett gestorben, Alter? Komm, da ist ein Blick. Überhaupt nicht lustig. Der hat den verzauberten Bogen. Der hat mich gewone-shottet. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das waren 20 Schüsse. Dann hat der einen guten Bogen, wenn der nicht gewone-shottet hat. Ich weiß, wieso hat der so einen mächtigen Bogen? Zauberten Bogen. Hatte ich halt nicht mal gewone-shottet. Ein Shot. Okay, wie geschaut. Zwei. Ich verzauber jetzt aus dir. Er hat mich getötet. Max lebt noch. Drei Shots bis dato. Vier. Als ob. Aber gewone-shottet heißt ja, dass man fünfmal getroffen wird, oder Lukas? Ja, ja. Normal. Aber er war ja eh schon gut zu dem Zeitpunkt. Ja, richtig. Wo er halt vorher schon geschrieben hatte. Ja, genau. Ja, Digga, warte, warte. Das ist der lustigste Moment. Pass auf. Achtung jetzt, Achtung jetzt. Pass auf. Ich erinnere mich an den Moment. Der springt erstmal ins Wasser rein. Jetzt kommt Max von hinten. Guck mal. BAM! Ja, geil, Alter. Guck mal da. Siehst du das? Er hängt jetzt an diesem Wein, Alter. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie er drin ist im Film. BAM! Ja, geil, Alter. Ich fahr hier runter. Ich fahr hier runter. Hilfe, 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 Hilfe. Hilf mir, jemand, auch. Ich fäll doch nicht mal an, sonst fahr hier an. Alter. Oh, war das knapp. Heilige Scheiße. Ich hink schon an der Klippe und hab mich noch festgehalten. Er hat auch gar nicht verstanden, was da passiert ist. Weißt du, was ich meine? Er hat das nicht verstanden einfach. Alter, der soll mal nicht in unsere Base kommen. Holy Scheiße, war das knapp. Ich bin schon gefallen. Das ist doch viel zu schwer. Kann ich hier auch irgendwo zu Fuß runter? Das ist jetzt so geil, Alter. Pass auf. Oh, das ist wie The Dropper. Kennst du The Dropper? Oh, du Arsch! Das ist doch so dumm. Ehre genommen. Sowas von, Alter. Sowas von. So, ich glaub, natürlich, Alter. Wer sonst? Wenn wir die beste... What? Das ist ein Bergskelett, Lukas. Aber er hat endlich gerafft, dass er halt essen muss. Und er hat eine Gambus-Ding ist voll. Er hat eine größere Packung. Max. Eine größere Packung. Es gibt nur eine Doppelkiste, Alter. Und du könntest das doch einfach da rausholen. Weißt du, was ich meine? Max kommandiert dann wirklich mit seinem gestörten, kranken Gehirn und Leute hin und her. Hat aber überhaupt gar keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Schnell ins Bett, schnell ins Bett. Er ist so dumm, er wird von einem Skelett verfolgt. Und es sind diese Phantome draußen und da sind Zombie, der sagt, schnell ins Bett. Ich wurde aus dem Bett gekratzt. Gekratzt. Er versucht, den Praktus auf dem Boot zu setzen. 56. 56. Ja, doch klar. Lukas. Lukas, der denkt, das ist Fortnite. Der baut sich ein. Der denkt, das ist Fortnite. Hier wird gejoinkt. Der hat nichts gemacht. Der ist einfach nur da. The Joe Craft ist hier. Der hat Full Dia. Der bedroht mich. Der hat nichts gemacht. Der hat nichts gemacht. Der bedroht mich. Der baut, der baut, guck mal, der baut direkt ein One-By-One. Der denkt wirklich, dass das Fortnite ist, alter Max. Der sagt, der bedroht mich und der schreibt so ganz in den Chat, kann ich einen Kaktus haben. Siehst du das? Siehst du das, Max? Du bist wirklich lost, alter. Du bist lost. Was, hier muss irgendwo einer sein? Oh. Starten, mal reinschreiben. Er ist weg. Chat. Ah, hier ist es hier. Da ist er komplett verwirrt. Ich glaube, wir wurden gejoinkt. Wir wurden gejoinkt. Danke, da für Sch***, William, Alter. Bin ich jetzt tot? Leck, Alter. Hat er selber gemerkt. Hat er selber gemerkt. Deswegen ist Lex gestorben. Du bist einfach Sch*** in dem Game. Nein! Schnell bauen, schnell bauen, Max. Schnell bauen. Aus deiner Kiste oder so. Der kam aus deiner Kiste raus, Lukas. Klar. Merkst du? Ohne Witz, hier hat jemand eine Falle gestellt. Genau. Er kam von oben. Ich habe einfach nur ein Zevenkling. Hier. Hat einen Flint bekommen. Das ist kein Paula. Das bedeutet Feuerzeug, das bedeutet Krieg. Es ist nicht. Ja, ich gehe gerade weiter. Weiter, der Gang. Weiter. Hat er schon gesehen? Noch einer? Er sieht mich. What the f***? Wie viel Schaden macht der? Max, Max, Alter. Ich habe trotzdem gesagt, dass sie überträgt. Der hat mich geone-shottet. Ich brauche Hilfe, Leute. Hier sind drei Creeper bei meinen Sachen. Eins. Vier Creeper. Das sind zwei. Das sind zwei. Bitte, bitte. Keiner hilft ihm auch, weil wir halt einfach wissen. Guck mal, der ist mit dollsten Sachen beschäftigt. Das Ding ist, das Spiel ist ja wirklich komplett selbsterklärend eigentlich, oder? Man muss einmal drin sein und dann versteht man es. Es ist egal, meine Freunde. Ich würde sagen, das war es von dieser wunderschönen Folge von Trimax Fails. Wenn ihr die zweite Folge sehen wollt, 30.000 Likes. Ihr wisst Bescheid. Haut da rein. Schaut bei WIFO bei WIFO. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau.